Alihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Left 4 Dead. Bei dir hoffentlich alles etwas flüssiger läuft als letztes Mal, ne? Ja, naja. Ja, okay, gibts zu, das war ne halbe Katastrophe, oder? Aber es lag ja nicht um uns. Wachsen so schön. Wachsen wunderschön, ohne die wär das Leben einfach langweilig. Genau. Auf jeden Fall kannst du jetzt mit Schmackes weitergehen. Auf geht's, Zombieschnetzeln. Ein Mensch wächst an seinen Aufgaben. Genau, und wenn es Aufgaben sind, wie Bugs überwältigen, ja? Ist denn Aufgaben? Zumindest Aufgaben. Alter, ist gerade ein bisschen viel los, oder? Ach ja. Ne, geht sogar, aber die sind sich nicht verstreut hier. Freitagabend, alle wollen nach Hause, also... Ja, eben. Wahrscheinlich hat es am Anfang deswegen auch so gelegt. Geht, jeder weg. Oh, hinten in-kamen, in-kamen, ich bin alleine und muss nachladen. Oh, ey, die werden hier zugeschnetzelt. Ach, hast du nur hinbekommen? Ja, aber gerade... Der eine Zombie wollte mir gerade an die Google, dann habe ich fertig nachgeladen gehabt. Zum Glück hier. Dusel. Ich hab schon wieder die Hälfte meiner Muni verschossen. Hier. Ei, 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 ei. Wer ist denn da unser Rocker mit der Gitarre? Nein, voll in die Rotze. Wer ist denn der Rocker mit der Gitarre? Ach, Dark Evil hat die Gitarre mitgenommen, okay. Hallo? Oh, nein. Voll in der Sache. Und der fette will wieder in die Spitze reinlaufen, typischer. Jetzt vom Fett, ein prickelndes Erlebnis. Garde. Ach, das ist so eine Abnehmkur, weißt du, das ist dieses ganze Fett dann weg und dann... Und dann bist du auch einmal ganz dünn und ein bisschen ansehnlich. Sicher, dass wir hoch müssen, hier unten ist nämlich gerade, Fett-Zombie. Wow, äh... Das ist, äh, könnte auch sein, weil sie runter müssen. Das sind alle hier, oder? Nee, aber da oben war noch ein Treppel. Ein Leiter, guck mal kurz. Ja, hier gibt es sich, ach so, da kann man gar nicht hoch, äh, für den Arsch. Und solche Treppen sind einfach unnötig. Nein, ich will hoch, ah, Gott sei Dank, da gibt es leider. Smoker. Ah, schön. Ah, schön. Ah, schön. Ah, schön. Geht's? Ja, ich kann damit leben. Aber ich soll mich nicht damit leben, muhahaha, die sind gleich hinweg. Die laufe wir an allem vorbei, ich schnurr mir mal die Pillen. Wir brauchen sowas nicht. Ja, ich will nicht, wahrscheinlich besser ohne, ne? Ein Mg, okay. Ich nenne mich mehr noch mal. Ach so, hier. Sprengmonie, oh yeah, das rockt. Die hab ich sowieso gleich wieder rausgehauen. Du musst ja aufpassen, dass wir uns nicht treffen, ne? Jo, ey, hier ist ein anderes Medipack noch. Das nehme ich. Benno, ähm, ach so, du hast keins mehr, ah, okay. Ich hab eigentlich gedacht, dass ich schnell heilst, aber egal. Nö, nö. Geht's da weiter? Oh, Monster finden kann man. Ah, mit der Sprengmonie sind die ja so schnell weg, geil. Okay, ich hab Pin. Ja, okay, die wollte ich nehmen, egal. Naja. Du hast den nötiger, haha. Voll nötig. Oh. Wo hat mich fast der Smoker, äh, der lieb noch? Okay. Ihr müsst den überlebenden Killen, der hat in der Medipack und einem, der ist dabei. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hinter uns? Okay. Geil, hat fein gelassen. Nämlich die Pipebomb und, äh, Benno will sich schnell heilen und das andere Medikit nehmen. Ja, ja, warte. Schau mal, wie gnädig ich bin, ey. Ja, da war das. Das hätt ich's mir auf jeden Fall selber genommen. Wo ist das? Ja, das liegt, da wurde, wo der Typ das halt feingelassen hat, ne? Ist noch noch Pillen, ne? Weil sie noch. Moli, ähm, wo sie, wo sie sind, die Pillen, ach da. Ja, dann hol ich auch mich schnell die Pillen rein, dann sind nicht gut. Errungenschaft, freigeschaltet, Grabräuber, muh, ha, ha, ha. Wenn man noch wüsste, was das ist, aber egal. Ja, da wüsst du das, die überlebt, der Tag, oh, fuck, wir haben die Armer nach ausgelösten, ne? Hier. Oh, der, oh, der Charger stand auf einmal genau neben mir, ey. Oh, Hunter! Bin ich das Lieblingsopfer oder bin ich das Lieblingsopfer? Ich bin grad hier von so einer Zunge hochgezogen. Oh, der war ganz schlecht zufrieden. Ja, dann schieß auf die Zunge oder geh einfach hin und mach rechtsklick, funktioniert alles. Oh Gott, er ist trotzdem tot. AKs, hier gibt es AKs. Ey, hier ist deine Bowlingbahn, Benno. AKs, komm, endlich. Hier ist deine Bowlingbahn, können wir spielen? Das ist natürlich cool, aber hier sind... Oh ja, endlich mal nach der Karte, das ist doch schön. Okay, warte, ich schieße die Kugel ins Ziel. Das gab's doch irgendwie, bei DarkHarder gibt's das doch, dass man irgendwie... Da muss man auch irgendwie, äh, da gibt's auch so Minigames, ne? Ja, ja, genau. Jetzt haben wir jetzt mal die Dinger abgeschossen, aber auf den Monitoren wird nicht angezeigt, dass wir irgendwas geschafft hätten oder so. Das sind auch noch viele Räume, ne? Übrigens. Alter, was hab ich denn jetzt für eine Waffe hier? Hier sind wieder Toiletten, ich werd einfach angezogen von Toiletten. Ich glaub, ich hab ne M64 oder so, kann das sein? Sag doch mal her. Ich mach's du den. Hier bin ich. Ach, da drüben bis zu. Komm mal her. Oh mein Gott. Wo seid ihr denn? Die lag einfach bei den anderen Waffen, hat sogar noch Sprengladung drin, Alter. Alter, die ist Hammer. Ja, die lag da einfach, nehmt ihr noch Kass. Hatte jemand vor euch fallen gelassen, aber... Weiß ich eben nicht, keine Ahnung. Spitter. Hatte gar irgendjemand schabt, 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 sagt? Von den In-Game-Typen... Na, da hätte ich jetzt ja gar kein Wort drauf. Ah, wir müssen hier lang, das ist gut. Oh, sorry, Scheiße. Ähm, wir müssen hier lang. Ich nehm mal die Feuerachse mit, nachdem ich meine Machete verloren hab hier. Ähm, Lagerraum ist nix, dann können wir raus. Und hier lang. Boah, hat die einen Streuschuss, aber die ist geil. Ich hab immer eine Zielquote... Oh, nein! Alter, die ist leer, ne? Wahrscheinlich hat sie wirklich jemand von uns weggeworfen. Ähm, ich hol mir schnell eine neue Waffe, ne? Das war meine. Sorry. Sie haben sich eben fast leer geschossen. Oh, Kino. Du hast eine M64. Wartet, ich möchte mit ins Kino. Was läuft denn so? Äh, Weiß, Weiß, The Walking Dead. Oh, cooler Film, find ich toll. Ja, ich nehm eine AK. Mal so zum Zeigen, ne? Vielleicht bis jetzt eigentlich immer mit der M16. Ich glaub mir einfach mal alle drei Staffeln von The Walking Dead. der hätte in einem Deutsch. Er ist in Pellen. Jo, ich hab noch Pellen. Nicht, was? Musst du dir auf jeden Fall anschauen. Das ist die, die beste Zombie-Serie, die es je gegeben hat. Ja, äh, müsst ihr mir auch mal anschauen. Alter! Jetzt Verbindungsfehler. Wo ich doch sowieso schon weit hinter euch bin. Na gut, wir sind am Kino. Wir haben zu tun. Ja, ich bin schon da. Keine Ahnung. Trägt das eigentlich auch, was ich da dran schreibe? Alter, das ist ja geil. Cool. Da liegt noch ein Tod dazwischenrein. Das schaut halt echt so aus, als wenn wir sitzen, ne? Naja. Kennst du das, wenn die Leute mal so vor dir sitzen und dann so voll laut sind und dann so auch noch extrem groß und du gar nichts mehr siehst? Ja. Hey, von dir scheiß Film hier, dürften ich da angucken. Hey, ist dir blöd, ist da reingelaufen? Wäre viel schlauer gewesen anstelle sein. Nein. Da war er. Oh, was. Ich hab so viel Muni verstanden. Ey, also die AK ist schon geil, kann man nix sagen. Ja, die ist schon gut. Hilfe. Obwohl es sogar besser als die M16. Müssen wir hinten lang, unter der Tribüne? Ja. Also die Map ist einfach verdammt abwechslungsreich. Kann man sagen, was man will, ne? Ja. Sau geil. Ja, ich hab auch mal nach. Hier, Popcorn. Popcorn. Und, äh, Fountain Drinks. Und im Lagerraum ist... Cheeseburger. Adrenalin. Wollt ihr Adrenalin? Da kommt mal her. Gibt's ja auch ne Fritteuse, da komm ich her. Das ist, äh... Also hier gibt's Adrenalin, wollte ich nur mal sagen. Ne? Dann komm ich wieder hier raus, okay. Hier ist mein Platz. Die sieht ja auch cool aus, die Statue. Die Statue ist saugee, mit dem Popcorn. Ich bete dich an. Umschakalakalaka, umschakalaka. Wo denn? Hier, links. Äh, sind das auch Maps von den Leuten vielleicht, die die Maps gemacht haben hier? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Kann sein, ja. Wo geht's da lang? Weil's ihr irgendwo so ein Gartenzwerg seht, ne? Dann nimmt ihr auf jeden Fall mit. Was sollen wir mitnehmen? Ich hab' ich letztens mal gesehen. Dieser Gartenzwerg aus Half-Life-Episode. Wo war das? Eins oder zwei? Ich weiß nicht, aber wenn's hier einen gibt, dann ist das auch ein Portal. Wow! Tank! Oh, wo denn? Hey, wo seid ihr überhaupt? Popcorn, man, jetzt gleich, komm, du kommst! Oh, ho, 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 ho! Wenn hätten wir die Sprengladung jetzt mal auspacken sollen, hey? Ach, wieso, oder war das so easy? Easy, easy, easy. Ganz im Magazin. Oh, über, bitte. Äh, voll im Speedway, man wie immer. Ja, die sind somit die nervigsten, ey. Ja, das stimmt. Vor allem wird irgendwie das Tempo mal gestoppt dadurch. Da war grad so richtig drin, ist in der... Ja, ich war ganz richtig am Zombieschnetzeln, rennt einfach nur noch alles um und dann kommt so ein Scheiß weg. Da muss man mal warten, muss man nicht weiterkennen, ne? Aber. So, hier geht's auch weiter, ne? Molly, ja, okay, ich hab mich bei. Das ist aber sehr rustikal eingerichtet hier. Also, ich find's schön, das ist genau mein Stil. So, mach ich meine Wohnung auch mal. Auch mit diesem schönen Blümchen-Tapete und so. So, ich ne schöne Renaissance-Stil oder was weiß ich, was das ist. Na, Renaissance, ich glaub nicht. Benno, du bist so ein Retro-Fan, wäre auch was für dich. Jedenfalls. Die Wohnung, die Wohnung ganz retro einräumen. Das ist einfach nur alt. Ne, das ist retro. Ich hab's nicht. Das Retro ist wunderschön. Das ist das Gleiche. Oh, ich hab mir einfach schön geredet. Benno, zieh dich mal um, dein Shishat ist so verschwitzt. Die Türen hier immer so kopfdorgenagelt sind. Ey, wisst ihr, was ich mich grad echt, ähm, erstaunt? Es läuft sowas von geil. Sowas von flüssig. Ja, schon, ne? Ähm, Pipebomb ist hier noch. Wartet hier nochmal kurz. Ah, gut. Hier der einen kurzen Verbindungsfehler bis jetzt ist genial. Bup. Dann müssen wir wirklich aus dem Fenster raus schon, ne? Ja, okay, geht gar nicht anders. Wir sind schon hier direkt auf dem Weg. Oh, Kontur. Ja, ganz ehrlich. Das war uns nicht vor, der auch schuldig nach dieser Horroraufnahme da, wo alles gespackt hat. Die mussten jetzt einfach mal in eine Folge reinknallen, wo alles funktioniert, ne? Ich nehm die Brille. Ja, mach doch mal jetzt. Ja, okay, Spritzer hab ich auch. Warte, warte, ich geh mir mal schnell die Brille, Spritze. Ich weiß, das klingt so, als würde man gerade einen Schiss ablassen oder so. Ja, man muss das Ganze auch entsprechend untermalen. Was? Bier! In Left 4 Dead zusaufen, das wär's doch mal. Okay. Zweiter Verbindungsfehler, egal. Bier. Mein Charakter braucht Bier. Ja, das ist deiner, das braucht es mir fast klar. Bier, jeden Tag, Bier, so viel ich mag. Frühstück. Oh, ja. Ich bin Alkoholiker. Wer stellt sich ans MG? Oh, da ist ein, äh, wir müssen das, äh, auslösen da, ne? Warte mal ganz kurz, hier ist noch so ein Nebenraum. Schauen wir da mal rein, vielleicht ist da was Interessantes. Nein. Fix komplett leer. Also einer muss auf jeden Fall ans MG, einer muss den am MG schützen, dass er von hinten dann nicht, äh, von den Zombies da erwischt wird. Also ich mach hier Seitenflankierung. Wer ist ein Molly dahin, wo die Zombies herkommen? Und einer sollte halt vielleicht links, rechts. Jojo, okay. Dann, äh, lösen wir aus, wer geht? Ich geh mal schon ernst. Okay, mach, genau. Mach du. Okay. 1, 2, 3, wer ist da? Hallo. Vermittlung. für mich bei 8 311 die fußballmannschaft 88 die ober oma und 0 0 oder war es irgendwie so machen ich habe ja wir fahren hier los das ist ein verarschen ja das sieht doch gut aus der demnach ist ein jahle von mädchen also der molly war super geworfen muss ich sagen am anfang war es ein bisschen schleppend das einfach der vorteil wenn man mit zu vier tisch spielt ohne kai jeder seine plätze hat und die auch ein hält ja ja die kais war gar nicht so schlecht aber ja ja kur macht so ein game halt immer um einiges mehr bock noch das stimmt schon losfahren ich hätte auch gedacht dass wir losfahren da geht es doch Mann wurde ja auch mal zeit hier oh sorry jetzt aufpassen dass ich doch irgendwie äh tank alter tank den auf jeden Fall noch abschießen ja natürlich der müsste doch vielleicht down sein oder ja der müsste nein oh der schmeißt noch was nein juhu aber der tank passt es oh ich bin so schlecht war das jetzt das war aber nicht die äh das finale ne jetzt kommt die finale mission juhu gleich geht es ins große finale Leute wir sind sicher fürs erste ich bin so ziemlich in allem letzte erstaunlich na musst du dich jetzt mal richtig anstrengend oh also jetzt rocke ich und bin überall erster warte mal ok dann spiele extra schnell dass ich mein erfolgs erlebnis noch krieg innerhalb der kampagne schau nah kämpfer ein kill bam ja immerhin erster ich bin so gut man richtiger killer ein killer ja ein nahkampfkiller naja hätte ich meine machete gehabt hätte ich die wahrscheinlich auch öfter benutzt ja da sind wir jetzt hier irgendwo angekommen ne mit dem zug das ist doch gemütlich ist es hier das sieht auf jeden Fall gemütlich aus vor allem die bodentektur aber ganz ehrlich das oh ja ja toll ich bin immer noch nicht da ne auf jeden Fall ja wir beschreiben das einfach schon mal ne mach doch mal aber so richtig schön schmalzig und übertrieben also extreme hat die auflösung der bodentexturen total schön ja ok jetzt sehe ich es auch jetzt bin ich da haben wir irgendwie Muni oder so ach da ok ach so ja ne haben wir gar nicht was ach doch ich krieg auch gar nichts mit oh guck mal da oben was das steht am Pfeil an der Leiter rechts Stadium ja oh wir gehen jetzt ins Stadion das ist ein geiles Finale das wäre ein würdiges Finale ja ich glaube ich glaube da ist auch das Finale ne ja okay dann beenden wir die Folge an diesem scheiß Bahnübergang an diesem wunderschönen gestalteten Bahnübergang ups ich bin da wieder schön geportet worden wegen meinem Fehler egal ja das war's für heute Left 4 Dead Suicide Blitz in der nächsten Folge geht's dann weiter mit dem großen Finale im Stadion ach wir das schaffen werden auf jeden Fall natürlich schaffen wir das und ich hab auch voll Bock drauf jetzt euch alle fertig zu machen bam alles klar okay dann bis zur nächsten Folge Leute Servus auch drei Leute und am Ende noch Verbindungsfehler so gehört sie das ha ciao 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 ciao